In diesem League of Legends Tutorial erläutern wir die wichtigsten Aspekte der Unterstützer, auch Supporter genannt. Die Supporter begleiten den AD Carry auf der untersten Lane und sorgen dafür, dass dieser in Ruhe farmen kann und hilft bei der Erledigung der feindlichen Champions. Supporter besitzen oft zwar einen Fernkampf und können sogar viel Schaden austeilen, setzen aber bei ihren Items auf Lebens- und Mana-Regeneration. Denn jedes Mal, wenn der Champ zurück in die Basis muss, kann der AD Carry nicht farmen und läuft Gefahr, vom Dschungel aus überrascht zu werden. Daher sollte der Supporter der Erste auf der Lane sein, der ankommt und der Letzte, der die Lane verlässt. Eine weitere Aufgabe des Supports ist das Sichern des Gebiets. Er muss stetig aufdeckende Augen bei sich tragen, die Gebüsche und alle Wege zu Lane sichern und so sich und den AD Carry vor Gangs beschützen. Zudem schädigt er Vasallen nur so weit herunter, dass sie von dem ADC mit dem letzten Treffer, also dem Last Hit, gefarmt werden können. So erhält der Schütze des Teams die benötigten Erfahrungspunkte und das benötigte Gold. Damit der Supporter aber nicht leer ausgeht, holt er sich schon am Anfang des Matches Gegenstände, die ihm einen passiven Goldbonus für Unterstützungen geben. So wird auch der Unterstützer, ohne einen einzigen Vasallen erledigt zu haben, reich und stark. Als Fähigkeiten besitzen Supporter oft heilende oder schützende Zauber. Sie können sich oder ihre Mitspieler einen Schild geben oder in kritischen Situationen die Lebensenergie wiederherstellen. Oft haben sie auch Verlangsamungen oder sogar betäubende Fertigkeiten, sodass bei einem Rückzug der Schütze fliehen kann. Im schlimmsten Falle wirft er sich sogar zwischen die kämpfenden Champions und zieht das Feuer auf sich. Magiebezogene Supporter, die ihre Stärke auf die Fähigkeiten legen, sind unter anderem Jena, Zona und Morgana. Verteidigungsstarke Supporter, die versuchen den Schaden auf sich zu ziehen und auch einen Kampf zu initiieren und somit als Erster anzugreifen, wären Braum und Leona. Doch natürlich lässt sich jeder Champion irgendwie als Support spielen. Sei es ein aggressiver Magier, der durch wiederholten Schaden die Gegner vom Farmen abhält oder ein gut gepanzerter Krieger, der durch viel Angriffsschaden und einem Verhöhnen, sprich die Angriffe auf sich zu ziehen, Kämpfe perfekt initiieren kann. So kann man jedem Spieler nur empfehlen, einfach auszuprobieren und zu sehen, welche Taktik gegen welche Gegner am besten funktioniert.